Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Conor McGregor hat etwas sehr Krasses enthüllt, nachdem UFC-Präsident Dana White vor ein paar Tagen gesagt hat, dass er sich mit Conor jetzt in Dubai treffen wird, für ein privates Treffen, weil McGregor bei der Veranstaltung in Saudi-Arabien, wo Agit auch gekämpft hat, enthüllt hat, dass er sehr unzufrieden mit der momentanen Situation mit der UFC ist, dass er keinen Kampf bekommt, dass er anscheinend darauf ganz klar und deutlich meckert sogar. Die UFC beschuldigt, ihm keinen Kampf zu geben und die da so ein bisschen ins schlechte Licht rückt. Daraufhin hat die UFC-Präsident Dana White direkt dem öffentlichen Druck nachgehen müssen und ein Treffen mit McGregor vereinbart. Und jetzt scheint es, dass dieses geheime Treffen auch etwas gebracht hat. Michael Chandler hatte auf Twitter gepostet gehabt, dass er unzufrieden mit der ganzen Situation ist und McGregor einfach nur der Champion, wenn viel Reden ist und Ausreden ist und nie vorhatte, gegen ihn zu kämpfen und jetzt irgendwie ein Easy-Fight ernehmen wird, möglicherweise gegen Nate Diaz bei der UFC 300, die Trilogie McGregor gegen Diaz. Drei wäre auch geil, also stelle ich mir auch sehr, sehr nice vor, um ehrlich zu sein. Chandler McGregor glaube ich aber eher, dass das Ganze stattfinden wird, durch das Ganze, wie das schon aufgebaut wurde zwischen den beiden. Und jetzt hat Conor McGregor auch etwas sehr Interessantes gepostet und zwar hat er gesagt, dass er ganz klar und deutlich beim Neujahrstag 2024 seinen Gegner bekannt geben wird. Er sagte jetzt auf Twitter, ich werde mein Fight-Datum, mein Kampfdatum und meinen Gegner am 01.01.2024 bekannt geben. Und da ist natürlich der wahrscheinlichste Termin für die Rückkehr des Champions, die UFC 300 am 13. April. Man muss gucken, wie das Ganze funktioniert mit den Doping-Tests, Abgaben und so weiter und so fort. UFC-Präsident Dana White sagte ja erstmal, dass das alles unwahrscheinlich ist und ich würde tendenziell auch sagen, dass das Ganze klappt. Aber weil jeder davon ausgeht, dass es die UFC 300 ist, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das Ganze einfach nicht klappt. Aber die UFC 300 wäre nicht die UFC 300 ohne Conor McGregor. Also bei der UFC 400 würde ein McGregor nicht kämpfen und ich fände es einfach fair, auch für einen Conor McGregor, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die ihm hier so einen Kampf geben bei dem womöglich größten Event, ja, seit 100 Events halt und das wäre halt einfach legitim durch das, was McGregor für diese Company gemacht hat, was er alles dafür aufgegeben hat und natürlich auch verdient hat für diese Firma, muss man sagen, ohne die Conor McGregor-Geschichten wäre die Firma nicht ansatzweise so weit, wie sie heute ist. Aber die UFC macht natürlich auch so einen sehr professionellen super Job. Ich persönlich denke, es wird Michael Chandler sein und es wird wahrscheinlich nicht die UFC 300 sein. Wenn es so sein sollte, würde ich mich aber mehr als nur freuen, weil ich wirklich hoffe, dass McGregor auch im April schon wieder kämpfen wird. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May. Bei No Time in May. Okay.